ja 4 mal 4 also 9 aber es ist was ich so ein Köpfchen habe manchmal ist es nicht erwartet weißt du doch habe ich dir was gestern gesagt und vorgestern vor vorgestern und 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 ich weiß ja ich weiß ich sollte das in keinem unserer Videos sagen aber nur ist es zu spät danke danke auch noch mit mir reden dass ich eigentlich auch dumm bin und deshalb haben wir uns ja zusammen getan dieses Projekt hier zu meistern und wir werden scheitern durchaus durchaus so hallo wo ist mein Sied hin habt ihr ein Sied gepflanzt es kommt ein Stein raus so ein Mist Schmetterling passiert da jetzt was? Fisch der? wenn er ohne Sied er hat auf jeden Fall F in sich ich habe Würmerkohl tun wir hier ein paar Würmer hin er hatte was gemacht er hat ein Fisch produziert ein Fisch ja mein Fisch dein ist gut war als ob er ein Wasser stellen muss und wie viel er einfach pro Fisch braucht möchte ich das mal überhaupt was bekommen soll ich mit dem Stein da? weiß kein Mensch er braucht 30.000 pro Fisch ja super er hat auch nicht gerade ist das einfach, Digga? ne 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 30.000 ist nur schon eine Hausnummer das ist sehr schön aber Elson ist Essen und das brauchen wir das ist so richtig äh äh siehst du das? wir haben hier Regenwürmer wie weiß habe ich platziert sind die gut? äh die bewässerns sozusagen den Boden du brauchst normal keinen Wasserblock was macht der? ja der meint ach so der ist fertig ja ja Porta als unerfizient aber erklärt und fertig du 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 mal schauen ob die Worte in Kern funktioniert dir was bringt oder nicht von wem Wort ist die extra JTS oh ich krieg schaden das Laden ich krieg schaden wenn ich zu fressen hab so schaden muss ich schon ne ultimative machen hier haben wir ja nicht ist das die normale? ja die hat ein neues Design ja haben alle ja auch die ganzen Generatoren und sowas schauen anders aus gibt ja keine ultimative vielleicht ist aber das Rezept doch einfach nur versteckt das wird das wird ja der Mod wird nur noch ein bisschen Aufbau sein nein das ist ja vom Originalmacher was kann man daraus machen? nix doch Brot kann man daraus machen gut ja es ist Weizen das eigentlich was 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 ist du katives irgendwas kein Ahnung ich hab einfach mal alles reingeklatscht naja naja nix das dies jenes der Typ hat ja keine Ahnung was das Reisbrot habe ich rausbekommen was ist ein Ofen das Reisbrot und ist gut das kann was äh die Frage ist halt ob wir jetzt mit dem Autoklicker Autoplaser ob es funktioniert na hat da eine Wasserringkern zu tun die Wasserringkern muss auch immer wieder mit Wasser aufgefüllt werden was du weißt was ja trotzdem mal reintun ja warte ich mach's mal voll damit mal sehen ob auch was passiert was sind das nach sollten schlagen er nacht nacht schlafen es ist mal wirklich gefährlich vor allem mit ausgerüsteten Schwert das ist ja gleich kaputt ich möchte euch Schmetterling Schmetterling wie so ne Katze wie so ne Katze bürmchen funktioniert ich will uns auch Auswirkungen zeigen man lernt gern tut es sich ja aber machen tut es nichts wohl wachsen tut wohl hier ist gewachsen doch wächst ja funktioniert das ist ja mal geil Müsste die natürlich nur jemand wieder füllen also wir bräuchten noch n Füller irgendwie ja rein theoretisch einen zweiten mit der was heißt die ganze Wasser macht geht ja auch dann ne BIP-System raus rein raus rein ja Flutank weil jetzt wenn man mal den da ne Poste irgendeinen Block der jetzt mal wieder für da ist dass das so rüber in im zweiten Jahr hast recht wenn man jetzt mal das mit Wasser testen ob die Befüllen auch geht wird das ja wir hätten einfach einen Wasserblock davor setzen können geht ja und fertig schon nicht mal automatisiert dann brauchen wir noch irgendwelche Pipes ja entweder Pipes oder das was wir da eh haben diese komischen ESD oder was das waren ging ja auch also die wir drüben haben beim System oder wir nehmen ja auch abfragen wie die Items sind oder weiß ja nicht sonst können wir einen der IO nehmen und einen der IO Pipes das haben wir ja wohl drin ja die sind aber teuer ja aber mit denen könnte man halt dann ein bisschen mehr automatisieren könnten wir gleich 3,4 solche Dinge auch hinstellen wenn da was sagt ich oder was gibt es sonst können die verkraft er kommt steht Hallo Schleim der steht 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 da sind zu natürlich bräuchte mal irgendwas im herrn auch noch geöffnet auch wieder loswerden das und dies beziehungsweise für das könnte man gleich eine Farmer aufbauen bis jetzt nicht mal los okay und alles brauchen wir sowieso also ist egal kann man eine Werkbank mit rüber nehmen zum rohstoffen kannst machen das wäre nämlich viele sieben klär durch muss was muss das muss was das muss so wir brauchen die dinge da kann man nicht einstellen was für ein item kannst du sagen von welchen den der ist im Ort auf er hat sich so ich habe mir aber noch was aufgeschrieben und zwar habe ich aufgeschrieben Juli BW ich kann die flüssigkeitsquery ne das fuel und powered query die werde ich mal bauen in der preisierten haben nur zwei Stücke um das erste Kammer ich brauche dafür Dünster Popper Kampen hallo jetzt hat die Kinderhäuser Gold heißt und schweißen bisschen gold es ist doch wahnsinn warum hast du die Werkbank geklaut du Schiff kann der auch ne neue bauen ich kann der auch ne zweite hier hinbauen ich kann so viel hab ich noch Holz oder hast du das ganze Holz ich hab eigentlich keinen großen Holzbüter da habe ich schon ein bisschen was ich soll noch mal hinstellen da haben wir jetzt überall Werkbäcke ähm so so das ist toll Braun Sticks fände ich auch, fände ich auch, fände ich auch ähm kreis er wird noch eine Enderperle kostet genau er hat noch mal wir haben eine Alternative ab ab mal müssen wir schon alternativ haben aber so viel bei Systeme reingeklatscht so ja die Quelle ist welche äh ab 1 haben wir nur ja wir können und halt transferpipes von extra utilities sehr klar ja du darfst halt nicht immer nach pipe suchen du musst da wirklich so ein bisschen durch scrollen ich hab gesehen wir haben auch äh blazer und blockbreaker die heißen alles anders aber wieso ja weil es einfach einander Wort ist halt damit doch besser aber das heißt doch so ja die heißen nicht anders das finde ich aber nicht gut da gibt sogar ein Mod der hat davon fünf verschiedene Stufen oder so da habe ich gesehen aber frage mich nicht mehr wie das geheißen hat es ist nicht gut was deswegen muss du halt äh wir könnten Dings nutzen wie heißt der Steve Steve's nicht wo doch Steve ein Factor Manager das ist eigentlich die Lösung da kannst du alles einstellen was du willst wir können ja mit zwei Systemen arbeiten Steve Factory Manager kann man bauen so Sollte ja nicht so teuer sein halt euch schon brauchst du nur den Manager und dann könntest du damit Kabelchen ein paar muss die bauen vielleicht machst du keine brauchen haben wir eigentlich irgendwo Stein vielleicht mal ein bisschen fertigen Stein muss gucken irgendwo habe ich ein Grau glaube ich reingeschwissen ja ich habe auch gerade noch was gefunden ähm so warte ein bisschen die Metall da ein bisschen Röhrchen Röhrchen sind teuer das brauchen wir mal wenn wir mal Fress machen hier das ist next level shit ich sag's dir bisschen Brot machen da ein bisschen Reisbrot ist immer gut begeistert muss das selbst machen muss ich auch ähm dass ich Preußen Kohle oder sowas oder nee wir füttern dass wir mit Sticks oder was macht er da ja kommt dann hier unser Unterortet und er hat kein Wasser mehr wahrscheinlich das ist also der mit Kohle damit kommen so ausbrechen eigentlich nur einen zweiten Block links doch besser brauchst du das da oder wie das Ding hieß ich versuche mal die Quelle ich weiß halt nur nicht wie die Quelle arbeitet arbeitet die von oben nach unten was das würde ich sie gleich unter der Erde aufstellen das umbringt es auch nichts ich aber auch Autopräger ja wir können ja auch hier einfach eine Farm hinzustellen und fertig das wäre viel zu simpel und mit denen halt bewässern lassen die Farbe die Farbe erntet das meinte ich das meinte ich das ernt der die Farbe das meinte ja man und der tut halt nur bewässern damit die Farbe schnell ernten kann die Frage ist halt dann wo wir unser Bewässerungssysteme haben ähm uns fehlt alles fände ich sehr gut du hast denn dieses spezielle Items also die Kristalle für den Mod das 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 das